Hallo und herzlich willkommen! In diesem Video kläre ich dir, wie man den Schnittwinkel von zwei Geraden im R² berechnet. Betrachten wir dazu diese Grafik. Wir sehen, dass zwei einanderschneidende Geraden immer vier Winkel mit einschließen, wobei jeweils zwei davon gleich groß sind. In fast allen Fällen handelt es sich dabei um einen spitzen und um einen stumpfen Winkel. Wir sehen hier den Winkel Alpha, der noch einmal hier auftritt und dann haben wir hier noch den Winkel 180 Grad minus Alpha und noch einmal 180 Grad minus Alpha. Da der Winkel Alpha eindeutig sein sollte, hat man sich auf folgende Eigenschaft geeinigt. Bei Geraden gibt man immer den kleineren Winkel an, der zwischen 0 und 90 Grad liegt. Wie berechnet man einen Winkel von zwei Geraden? Wir machen jetzt nichts anderes, als den Winkel von den beiden Richtungsvektoren der beiden Geraden zu berechnen. Den berechnen wir mit der bekannten Vektorwinkelformel Cosinus von Alpha ist gleich g mal h durch Betrag von g mal Betrag von h. Das ist die bereits bekannte Formel. Beispiel 1a. Gegeben sind zwei Geraden. Wir möchten den Schnittwinkel der beiden Geraden berechnen. Dazu interessieren uns jetzt nur die beiden Richtungsvektoren. Die Punkte spielen dabei keine Rolle. Beginnen wir einmal. Die Gerade g hat den Richtungsvektor g ist gleich 4 und minus 3. Die Gerade h hat den Richtungsvektor minus 3 und 5. Die Formel lautet Cosinus von Alpha ist gleich g mal h durch Betrag von g mal Betrag von h. Wir benötigen somit folgende drei Bestimmungsstücke. Das Skalarprodukt von g mal h ist gleich 4 minus 3 mal minus 3 und 5. Ergebnis des Skalarproduktes ist ja eine reelle Zahl. 4 mal minus 3 ist minus 12. Minus 3 mal 5 ist minus 15. Gleich minus 27. Zweitens, der Betrag vom Richtungsvektor g, die Länge dieses Richtungsvektors, ist die Wurzel aus 4 zum Quadrat, also 16 plus minus 3 zum Quadrat, 9. Gleich die Wurzel aus 25 gleich 5. Betrag des Richtungsvektors h ist gleich die Wurzel aus 9 plus 25, ist gleich die Wurzel aus 34. Um jetzt unseren Winkel dann berechnen zu können, brauchen wir nicht den Cosinus, sondern die Umkehrfunktion davon. Cosinus hoch minus 1 von minus 27 dividiert durch 5 mal die Wurzel aus und dazu benötigen wir jetzt unseren Taschenrechner. Wir erhalten den Winkel 157,8 Grad. Ich nenne jetzt diesen Winkel nicht Alpha, sondern Alpha Strich. Bei Geraden möchten wir immer den Winkel haben, der zwischen 0 und 90 Grad liegt. Das heißt Alpha ist dann gleich 180 Grad minus Alpha Strich. Und da erhalten wir dann circa 22,2 Grad. Beispiel 1b, selbe Aufgabenstellung. Wir berechnen den Schnittwinkel Alpha. Alpha ist gleich Cosinus hoch minus 1 vom Richtungsvektor g mal Richtungsvektor h durch Betrag von g mal Betrag von h. Das wollen wir jetzt im Kopf rechnen. Ich schreibe uns die beiden Richtungsvektoren heraus. 1, 3 und 4 und minus 5. Skalarprodukt von diesen beiden Richtungsvektoren. 1 mal 4 ist 4 plus 3 mal minus 5 ist 15. 4 minus 15 ist gleich minus 11. Dividiert durch 1 zum Quadrat plus 3 zum Quadrat ist gleich 10. Das heißt Richtungsvektor g hat eine Länge von der Wurzel aus 10 mal die Wurzel aus 16 plus 25 ist die Wurzel aus 41. Das tippen wir jetzt wieder in den Taschenrechner ein. Wir erhalten wieder einen stumpfen Winkel mit 122,9 Grad. Das ist jetzt Alpha Strich wieder. Unser Alpha ist dann 180 Grad minus 122,9 Grad. Und wir erhalten dann circa 57,1 Grad. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.